Hallo, herzlich willkommen. Wir in der BDI in Krambach machen was alt neu. Wir arbeiten nämlich daran, um aus Abfallstoffen wieder etwas Wertvolles zu machen. Dazu erforschen und entwickeln wir hier in unserem Headquarter in Raba-Krambach in der Nähe von Graz Technologien zur Herstellung von Biotreibstoffen und andere spannende Prozesse zur Aufwertung von Abfallstoffen. Und dann planen wir für unsere Kunden die passenden Anlagen von Amsterdam nach Neuseeland bis in sonnige Kalifornien. Willst du wissen, wie man aus Oldspeiseölen Biodiesel herstellt? Oder aus Algen? Daran forschen wir nämlich auch. Oder interessiert es dich, wie so eine Anlage geplant wird? Dann komm doch zum TEC-TEC Talente-Tag oder bewirb dich für ein Praktikum. Wir freuen uns! Abfallstoffen BERTA Untertitelung des ZDF, 2020